Hi Freunde, ich bin's wieder, euer Master Zero und Willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Wir sind momentan im Lichterwald und, naja, müssen wir erstmal unseren Weg dadurch finden. Ich habe währenddessen ein bisschen im Miraboard nachgeguckt und dadurch, dass unser lieber Freund der Kupferzwerg Level 10 geworden ist, habe ich im Miraboard einmal ein bisschen nachgeguckt und ich habe den, habe seine Weiterentwicklung sozusagen freigeschaltet. Nur halt, wie ich jetzt gerade herausgefunden habe, kann man nicht wirklich von hier aus ihnen wickeln lassen. Das müssen wir erst, wie ich es nämlich zuerst gesehen habe, bei Sylvie machen lassen, Metamorphose. Ah, zumindest ist es dann hier der Mitrielriese, was er dann werden wird. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ob ich ihn dann noch auf meinen Kopf haben kann, ein bisschen fraglich, aber ja. Naja, was soll's. Weiter geht's. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Was? Spritzt, du? Oh! Ich will auf ein Behemoth reiten! Sweet! Fähigkeit Spritztour. Aha, aha, aha. Das ist Schley. Aber momentan hat es keiner. Deswegen denke ich. Gucken wir mal kurz nach. Ne, ich drücke nach oben und es passiert nichts. Okay. Man kann ja von Anfang an nicht alles haben. Okay, ähm, wo? Nein! Mein erster Hinterhalt! Ihr Hinterhältigen Grand Feature. Versteht ihr? Hinterhalt? Hinterhältig? Äh, äh, ähm, ja. Weiterfächs. Freie sind wir wieder hier. Danke. Interessant, wie, ähm, anspruchsvoll leicht gekämpft werden. Obwohl wir nur noch ein Allian weiter sind. Weil vorher haben die ja wirklich gar nichts gemacht. Und jetzt auf einmal vergiften sie dich. Und auf einmal hast du noch halbe Energie. Und dabei hat der Kampf gerade mal zwei Runden hinter sich. Und, wow. Also zwischendurch ein bisschen Grinden ist, glaube ich, doch nicht die schlechteste Idee. Äh, öh, öh. Da oben ist ein Speicherpunkt. Also da geht's storytechnisch weiter. Wollen wir erstmal hier lang gehen. Äh, da, da lang. Tippe, 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 tippe. Was wird uns hier oben erwarten? Danke, Friedrich, du bist echt beim Bessler. Ah. Ah. Falls du mich immer so sehr überraschst. Ach, danke, erst, erst, erst Schlag. Okay, jetzt mach ich. Weil ihr Kackvögel mich immer vergiftet. Ach nein, ihr vergiftet mich. Oh, richtig. Hier ist es schon eher wie bei richtigen Pokémon. Die, die du fängst, kriegen die auch am Herzen. Nicht so wie bei Pokémon GO. Du fängst dein erstes Pokémon. Yay, du wirst mein Partner sein. Dann findest du stärkeres. Verfickt nochmal. Und wirst du ein Bombo. Hier ist es ein ganz anderes App. Wie jetzt? Hä? Lass mal auf die Karte gucken. Was zum Geier? Wie groß ist das hier? Das hier ist nur ein Knotenpunkt. Noch einer? Oh nein, 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 nein. Das tue ich mir nicht an. Noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich später noch durch. Aber so werde ich mich erstmal hier daraus halten. Ne, danke. Da gehe ich doch lieber zuerst in der Story weiter. Und da oben ist sowieso ein Speicherpunkt. Also wird er mich so oder so an. Dann gleich heilen. Gut, dann bin ich zuerst noch zwei Dechsen. Sorry. Na. Na. Autsch. Oh, die hauen aber ganz schön rein, ey. Dieses verdammte Gifte. Das war nicht so schlecht. Zum Glück verschwindet es am Ende des Kampfes. Aber... Tama ist Level 11. Wir sind auch Level 11. Na, guck mal. Es ist Level 6. Hm. Aber da wollen wir arbeiten. Ja, wird doch ein bisschen vorteilhafter. Ist hier irgendwas? Ne? Gut. Weiter. Ach, immer wieder. Natürlich will ich mich speichern. Okay. So. Okay. So. 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 Danke. Okay. Free Free hat 5. Dann kann ich definitiv das lernen. Schlag. Feuer. Er braucht also 15. Zum Erweitern. Frostsitzung. Erhalte. Fragezeichen. Okay. Okay. Feuerstärkung. Schlag. Er hat noch keine Feuerattacke. Also hier. Ja. Zuerst habe ich hier oben Magie und das Stärke und jetzt hier mit Magie Angriff. Und hier unten geht es schon mehr zur... So. Jetzt noch mal Stärke und Preisfeld. Super. Ja. Und wie man sieht, die Entwicklungen werden definitiv groß. Ja. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann demnächst. Immer noch nichts. Zweien konnte ich schon jetzt anfangen. Nein. Nein. Ausweichen plus. Was haben wir hier? Abwehr plus. Ausweichen ist gut. Okay. Ich soll euch mir angewöhnen, das zuerst zu machen, bevor ich speichere. Dann brauche ich lieber doppelt speichern. Danke schön. Mal sehen, was uns hier erwartet. Der Waldsee. Stimmt, da hinten sich Wasser. Ha! Ich wusste, selten ist Yuna. Ah, hier wäre sogar noch ein Tor gewesen. Oh, ist das jetzt die Szene aus 2510 einmal nachgestellt? Ja, ist es. Und sogar die Musik. Ah, ich hab kein Gänsehaut. Das ist so schön. Wait a sec. Ich weiß, dass ich das schon gesehen habe. Aber woher? Ich kann nicht erinnern. Giants? In der Mirage? Es scheint klar zu sein. Die zwei von euch sind nicht aus Grimoire. Ah! Ich habe total vergessen, was zu schlafen. Ja, wir haben auch ein bisschen vergessen, zu schlafen. Was ist dein Name? Du weißt, das ist Staph. Mein Name ist Yuna. Oh, super böse. Ja, das ist Yuna. Oh nein, müssen wir gegen sie kämpfen? Oh, wie cool! Geht jetzt aus Grimoire. Du hast kein Platz hier. Wow! Okay, das habe ich nicht gesagt. Vielleicht sollten wir gehen. Der Anfang ist noch gut. Ich verstehe es nicht. Warum ist sie so schade an uns? Ja, Lon. Was hast du mit ihr eigentlich gemacht? Was habe ich gemacht? Warum ist es meine Schuld? Und wir haben sie! Okay, erstmal checken. 1010 und weder Schwächende noch Resistenzen. Au! Okay, Fallfarbe. Das ist schwach gegen Dunkelheit und schwach gegen Eis. Au! Oh! Oh! Ah, hierrohr! Aber gut! Gut, dass wir das gelernt haben! Ach, war... Da kann ich mit Fuchsfeuer so... Okay, also... 7... Oh, okay! Ah, aber das bedeutet gleichzeitig, sie hat aber auch die Schwäche. Protest. Okay, gut. Guter Schachtzug. Okay, das hat mich völlig viel gemacht. Physische Attacken bringen nicht wirklich viel, hm. Da war ich wirklich kurz in den Kinkloch. Ah, ja, stellt klar. Protest. Physische Anwerfer. Vardum hat jetzt ihre magische Resistenz erhöht. Mist. Hast du genug? Oh, M5 hast du noch. Oh. Noch eine Dunkelung. Okay, jetzt ist die Verteilung hoch und jetzt macht sie sich auch noch stärker. Oh, sie kommt jetzt wanken. Und auseinander. Hier sieht man sich natürlich schwach. Dunkelung gegen Charis. Oh, Mist. Oh, Mist. Ähm. Woa! OUCH! OUCH! Jesus! Einfangen. Ähm. Eines Gruppenmitglieds. Okay. Ja, ist erstmal wichtiger, sich gegenseitig zu heilen. Okay. Ich hab noch nie ausgesitzt. Ich hab noch nie ausgesitzt. Ich hab noch nie ausgesitzt. Denn... Okay. Scheiße. Das war's jetzt auch. Okay. Oh! Für einen Moment hab ich gedacht, das war's. Und viele, viele, viele Level-Ups. Das ist schön. Wieder Alma-Kristalle. Ich muss immer mal nachgucken, was die machen. Du hast hier Erinnerung, wo du fährst. Ah! Das ist wichtig fürs Gorsäum. Die Weise, wie du die Mirage benutzt hast. Nur Luz Farna hat sich so viel Kraft vor ihnen. Sag mir. Wer bist du? Huh? Luz Farna? Du sagst? Aber das ist unsere... Mutter. Hey, du bist richtig. Das war sie. Das war sie. Uh, hör auf. Du wirst nicht das wissen, Luz Farna. Ich zeige dir etwas. Okay. Oh. Das ist die Ehring. The same one Mom used to wear. What? Then it's her? Right. I knew I recognized it. The ornament on Unistaff. Roughly 100 years ago, a champion from another world saved Grimoire. Her name was Luz Farna. Huh? Mom did that? But... 100 years... It doesn't make sense. Mom's a champion? And this is some kind of monument to her? So... You keep saying that Lady Luz was your mother. Again, may I ask who you are? Well, uh... What? Well, I'm going to do my phone. No memory? That is strange. Do you think you might be able to tell us a little more about Lady Luz? We'd appreciate anything at all. I'm sorry. I only know the common legends. The ones Grimoire's people have grown up with. Fine. We'll take anything. Sometime around a century ago, the world of Grimoire was nearly destroyed by a being that has come to be known as the Demon Dyer. Luz Farna prevented this by creating the Ultimagate, a bridge to salvation from which she summoned three heralds straight from the realm of the gods. Thus, she became Grimoire's champion. That definitely sounds like something out of mythology. Bridging the gap between worlds is a seriously accomplishment. She must have been amazing. That she was. But sadly, even though she managed to save the world from the Demon Dyad, the heralds, all three of them chose to remain here in Grimoire. And one of them has now granted us to the Bahamut. Huh? But Bahamut? That's the Federation that attacked Cornelia! Yes. After they finished saving the world, Brandylus and the others harnessed a legion of new mirages and slowly took control of Grimoire's land, building a powerful Federation of a legion of new mirages. Han, you don't think there's any connection to the ones we lost? Do you? What? That's not possible. We're talking about a hundred years ago. But where have we been? Nightwood Hills, which Anna Crow told us, was a world without time. Right, Tama? Right there you are! Compared to other the worlds, the concept of time there is, let's say, more than a little bit the unusual. So, if you want to know just the how long you were there, there's really been no way to measure! Dude, what? Um, okay? If you don't mind my asking, whatever happened to Lady Luce after the Heralds came? Unfortunately, we don't know for sure. Some say some in the Heralds was an act that cost her her life, while others say she lives as a prisoner in the Heralds castle. Her freedom lost forever. Prisoner? What? Well, then where can we find this castle? My opinion is that it was the woman who was buried in the Heralds. Yeah, maybe not. But you can't try and tell me this is just a coincidence. Would you listen? All the stuff we remembering? Like moms name? What if it turns out none of it is true? But, I guess there's no point in telling Lon that. What is it already? Oh, just forget it. It's behind the picture. You should start in one of the Federation's member states until you're asking around there. Ceronia lies further north. I believe they just joined the Federation. What? Dude, what? But I thought Ceronia was the place we're going to. Then Princess Sarah, we must not have known. Oh well, we've already made it this far. Yeah, we wouldn't be very good emissaries if we turned back now. And we did promise to ask about the League of S. I'm really sorry I raised my voice at you. I know you were trying to help us out, so thanks. No, I should be sorry for attacking you. It was wrong to accuse you of being something you're clearly not. Yeah, exactly. You have first caught us. So. Okay, can I do something else? To get to Ceronia, you will need to pass through a frigid place called Icicle Ridge. If you have Mirages who can use fire magic, you may find your passage considerably easier. Okay. Na gut, dafür habe ich ja meinen getreuen Free Free. Okay, das... Vielleicht doch noch irgendwas nach oben. Ach ja, ich kann ja hüpfen. Was mir im Grunde nix bringt. Ups, gar nix. Okay, hier ist nichts. Wursch. Ach da, ach da war ein Weg. Interessanterweise da unten im Wasser sind Ruinen. Aber die sind irgendwie jetzt gerade unwichtig? Sind wahrscheinlich nur Negrationen. Ist ja nicht so, als wenn Ruinen irgendwas Wichtiges wären. Oder? Ich meine, genau. Oh. 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 sie ist kein feiner fantasy kartea sie ist ein original so soweit bin ich mir schon mal sicher Chocolata hat neue Gegenstände im Angebot willst du speichern? natürlich will ich das das ist für dich sehr interessant ok ich habe gedacht das wäre ein Verbrauchsgegenstand aber nein das ist cool ach das ist hier gleich oh hi dudes ich glaube damit hatte ich mir schon was geholt da sag ich's doch das ist das Gegenschlaf das ist gut ich habe schon die Sterne eingemacht ok Vita Samen Plus ach um TP Plus zu lernen die Gegenstände aber wie interessant ich bin einen Baum hochgeklettert und was ist hier? Winter Wonderland und sogar ein Berg diese Flachland wow wow chapter 6 solace from the ice soll ich doch zurück nach in die Hubworld da war ja schließlich ein Tor ja ich gehe mal kurz zurück weil da war ein Tor ich wette ich komme da sowieso noch jetzt von zurück oh graus, oh graus, oh graus, Juno ist weg ah da ah da Karte ist so un... ist besser auf Karte vorverwenden rachst du schon? leise my senses are the telling me some kind of door has appeared in 9wood hills oh wow oh und was ist das denn? was ist das denn? es sieht sicher wie eine Tür aber geht es noch gar nicht an? hallo wir schauen es w- mé hey Das wird ja immer mysteriöser hier. Äh, was? Wo sind wir jetzt? Wer bist du? Visitor? Was eine ungewöhnliche Überraschung. Ähm, wer bist du? Und wo sind wir? Mein Name ist... Huh? Wer ist da, an der dritte meiner Zunge? Use es oder lose es, ich glaube. Okay. Oh, aber das ist meine Tee Room. Wer bist du? Willst du mich für Tee? Äh, also... Du kannst sagen, dass wir ein bisschen passieren. Aber ich bin Lon, und das ist... Es ist Rain. Und mein Bruder und ich sind aus Ninewood Hills. ... und Rain von Ninewood Hills. Ah, natürlich. Ich hatte einen Traum über das. Ich sah die zwei hier kommen. Heute ist der Tag. Okay, so eine Leuchtung vorherzusagen. Ich denke, ich weiß, warum du hier hier gekommen bist. Wir haben noch nicht mal eine Ahnung, worum es geht. Ich weiß, was ich und Rain sind hier hier machen, obwohl wir nicht mehr wissen können? Mhm. Ihr Keeper schauten neue Mirage. Ihr kamen um die Säule der Freunde. Ihr seid um die Säule der Freunden. Ihr past, present, und future. Um zu stecken in ihre Schuhe und zu kämpfen. Wenn Mirage sie sie beschränkt, und sie sie die meisten brauchen. Um zu schweigen sie nach Erfolg. Sie sind ein Verkauf, klatschen Sie. Äh ich... ... Ich, weiß nicht. Dürcher... Ähm. Das waren viele Worte. Hey Rain, ihr folgen das? Nein, nein. Nein. Ich bin offiziell verloren. Also... Das sind Seele, die wollen wir berühren. Stellvertreterkämpfe? Du musst im Zimmer des namenlosen Mädchens bestreiten. Dann kannst du die Seelen jeder berühren, die du auf deiner Reise getroffen hast. Oh! Darf... Ah, nee, das sind die Seelen. Das andere war eine Erinnerung. Genau. Es spielt keine Rolle, wann immer du willst, kannst du in einer Stundennot erstellen. Platz, äh, wegen, wegen Platz. Ähm, warte mal. Hat das was mit Online-Funktion zu tun? Irgend in dem Fall. Ah! Ah! Okay, bevor ich irgendwas versauere. Kann ich ab diesem Punkt dann in die auch Seafi-Röppenschwürden? Oh! Willst du ein Tee? Was jetzt? Alme-Kristalle ein... Dafür kann ich die Alme-Kristalle nehmen? Hey, was sind diese Alme-Gem-Things? Hm? Hast du ein Alme-Gem-Things gefunden? Wir sind nicht genau sicher, was sie sind, aber wir haben ein paar gemacht. Das ist gut. Sie haben großartig Wert hier. Du kannst dich an diese Gems als ein Art von Token. Token? Ja. In order to touch another's soul, oder zu tamten mit Zeit, erstens, du musst du eine Kompensation geben. Hence, die Arma-Gems. Tokens, du kannst du in Recompense-Röppenschwürden. Oh! So the more we find, the more stuff we can do here. Hm. Oh. But isn't that kind of dodging the question? Okay. They're tokens, but where do they come from? You needn't wonder about every little thing. Ja, alles gut. Alma-Kristalle. So sehen sie aus? Okay. In der Kolosseum kann man Alma-Kristalle finden? Okay. Okay, also so selber kommen wir dann hier. Gut. So muss ich mit mir sprechen. Welcher Champion würdest du erwachen? Okay, wir haben sieben Kristalle. Oh. 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 Was? Really? The catch is, you can only invoke their power for a very limited time. Basically, they pop right in and push right back out. Pop, push, got it. All the same, the fact that we can invoke them at all? It sounds pretty useful. Yeah. It'll make collecting Mirages way easier. All right, but there are restrictions. Erstmal, nicht alle Mediener sind Champions. Sie müssen sie auf ihre true Potenziale wundern, bevor du sie inwöchst. Einige Champions werden in Stages wundern, und alle zu ihren eigenen Fähigkeiten. Du brauchst Armagems, um sie zu wundern. Und du willst ein paar Gedanken auf, wer du inwöchst, und an welchen Zeit für das Thema. Äh, ja! Ja! An Invoking ist nicht frei. Du musst all kinds of Divine Rules abschneiden. Das bedeutet mehr Kompensation. Und ich denke, wir können Arma Gems nicht? Nicht die Gems. Use diese hier, um die inwöchst die Champions zu wundern. Für Invoke, du musst eine andere Art von Tender verwenden. Warum nicht sie als eine Art von Gage? Wenn du genug Champion Points hast, kannst du sie Invoke an. Oh, das ist super einfach zu verstehen. Ah, das sind die Erlöser-Prote, die in den Kolosseum erwähnt wurden. Hm. Um es zu sagen, die Gage befindet, wenn du dich verletzt bist, und wenn du die Mirage bist. Ähm, genau. Okay. Also, all we have to do, ist immer zu kämpfen. Genau. Oh. 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 sind der Beweis, dass du einen Erlöser erweckt hast. Ah, okay, gut. Die Erlöserleiste. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sind das Nebensachen, die ich jetzt mache oder sind das Sachen, die ich nebenbei mache? Ich werde es erst mal dabei belassen. Okay, da Heldenembleme. Ah, eins zu weit. Heldenembleme. Ah, da ist er. Sephiroth. Oh. Fügt einen physischen Schaden zu, ignoriert Abwehr, erhöht Stärke der Gruppe. Sweet. Die Sephiroth und den Krieger des Lichts. Fügt einen physischen Schaden zu, ignoriert Abwehr, erhöht Abwehr der Gruppe. Oh, das sieht cool aus. Ich wette in Japan, nur diese Dinger zu kaufen. Hier ist noch mehr. Okay, jetzt habe ich alle. Ja, ich glaube, ich werde die Episode, die ist jetzt schon beenden. Dann, ja, ist es so ein bisschen kürzer als sonst, aber, ja, das wird sich schon ausgleichen. Na gut, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bye, bye.